weg 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 hier ist niemand der zirkus ist weitergezogen okay du bringen uns wo ist der zirkus noch gewesen silber kauf ich sehe keinen zirkus wir springen zum weg durch die welt geschichte und auf den richtigen zirkus zu finden ich weiß einer ist zum beispiel auch bei den skeletten also im sumpf der verdammten und da haben wir kein leuchtfeuer oder snaggles eisenminen oder ich glaube die waren in im sumpf der verdammten kriegsbeier sind wir hier im festung festung des kriegsherrn guck mal kurz dahin und du mach bitte lichtern so also wir haben hier nichts mit zu tun wir wollen eigentlich nur noch raus und raus war karte da glaube ich genau das war ein recht pompöser eingang mit wasser und allem ja das sieht gut aus da ist auch schon gleich der zirkus drückt die daumen drückt die daumen hier ist niemand der zirkus ist weitergezogen okay also nicht in wo waren wir gerade schmugglerwucht was hier so ist nicht im sumpf der verdammten also hier guck mal bei freehaven keine stelle für ein zirkus gut level ab fragezeichen ja obwohl die das dauert wieder zwei wochen da könnte so gut weitergezogen sein das wollen wir nicht wir wollen das alles möglich schneller legen so silberkopf war nix white cap white cap hat ebenfalls keine stelle für den zirkus nicht gut nicht gut nicht gut es kann nämlich echt gut sein dass der zirkus nur da ist wo man nicht hinspringen kann mit tarm portal black shire doch da ist einer gut also nordöstlich ungefähr wo weisen nein du fliegen so kriegsbeier könnte auch einer sein auch wenn das nicht so ein wirklich angenehmer ort ist für den zirkus hier ist niemand der zirkus weitergezogen also wir können uns auch merken wo die sind denn müssen abenteuer und inzwischen durch mal wieder in den zirkus gucken aber ich weiß nicht stadtportal also schmugglerbucht zum auf der verdammten black shire haben wir bisher welche gefunden ich glaube in drachensand war auch einer gefrorenes hochland ist white cap in mist ist garantie kein zirkus ja dann drachensand mal gucken wie prinz nikolai so schnell nach drachensand gekommen ist er kann bestimmt auch teleportieren wenn er denn da ist das sind so die einzigen stellen die gerade eingefallen sind da mag nämlich den zirkus hier ist ein heiterer mensch wir weichen hier schon den drachen babys da quasi aus drachensand haben wir gesehen ist gleich ein ganz anderer schnack drachensand fliegen 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 so also die richtigen drachen und zwar ganz viele davon ganz 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 viele davon lauf 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 flieg 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 du mach bitte ganz schnell mal zwischendurch dein tag der schutzes danke so noch mehr nicht fliegende drachen sicher dass hier ein zirkus war talana oder ist das noch ein makaberer scherz gewesen von dir ok gehen wir einmal den rand kurz lang bisher wurden wir noch nicht getroffen wir sind ja ziemlich flink ne hier ist ganz sehr groß ok weiter westen weiter westen weiter westen liegen aber überall sachen auf dem boden aber wir sollten nicht 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 nein eine pyramide ok oh eine straße straße ist gut in der nähe von der straße kann es irgendwas sein und hier sind auch deutlich weniger drachen was schon mal ganz nett ist ein ganz schöner zick zack kurs warum bist du nicht einfach gerade ausgegangen die straße und da haben wir eine oase aber kein zirkus und da wäre platz für eine statu tausche pyramiden gegen zubehör tausche weinfass gegen zubehör was bist du ich habe eine große auswahl an magischen accessoires ich tausche gerne gegen golde pyramiden und weinfässchen was alle sachen sind mein talan an dem man im zirkus bekommt also ist das hier die stelle wo man hingeht nachdem man bei einem zirkus war aber der zirkus selbst ist nicht hier hmm gucken wir mal kurz hier rum aber ich habe nicht wirklich viel hoffnung das heißt vielleicht war es doch paradies tal wir haben noch mai oder nein wir haben juni das heißt eventuell das zirkus jetzt schon weiter oh ja ganz viele drachen okay du bringen uns weg hier leuchtfeuer zurückrufen zurückrufen ja wobei du bist juni juni ist reaktion okay wird aufgeschrieben juni reaktion dann springen wir jetzt wieder nach blackshire und gehen von blackshire aus nach westen ins paradies tal wo wollen ins paradies tal und gucken da ob sich den zirkus umtreibt nebenbei können wir auch mal die gegner ein wenig erkunden wie wir das gerade im drachensand gemacht haben auch wenn das da ganz schön happig ist paradies tal fünf tage jung du fliegen du tag des schutzes so hydras hydras ist noch okay bist du der tempel von bar ja aber du bist nicht der tempel von bar den wir suchen obelisk da probieren wir mal ganz kurz mit den schaden anzurichten um den obelisken anzugucken meteorik fünf trefferpunkte sternefeuer schon besser solarstrahl 13 trefferpunkte er sollte 1 bis 25 pro licht magie punkt machen dann hat sie zwölf das war sogar minimalschaden so kaputt jetzt aber 95 schon besser weg mit dir runter klein bisschen plündern 10.000 pro stück ja okay nicht ganz oh oh muss du ihn noch einmal her normale hydra okay weg 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 mit dir riesen hydra nicht kommen wir wollen nur ganz kurz gucken da haben wir langsam doch schon ein paar obelisken zusammen so aber zirkus zirkus war die priorität wir wollen einen zirkus finden ganz viele hydras die schön beieinander stehen geben wir vielleicht einen tot nö nicht so wirklich okay eine kreuzung von komischen straßen wo geht es denn hier hin sweetwater äh äh ja also sweetwater ist das dorf was man am anfang gesehen hat wo wir den Brunnen gesprungen sind die Tarn ja warum nicht wir sollten erstmal noch vorbeifliegen aber da waren Zelte und Geschäfte und wenn es da kein gutes Equipment gibt dann weiß ich auch nicht aber zirkus sehe ich keinen gut also der Prinz Nikolai ist erstmal jetzt auf Umwegen den werden wir versuchen zwischendurch mal zu erwischen aber jetzt sollten wir uns wiederum unsere eigentlichen Aufgaben kümmern das heißt wir sollten den Tempel von Bar ohne Kiste Ohohoho Versteuertiererholung verkaufen Allmachtsgrone kann verzaubert werden kann weg kann weg 30 Feuer was ist denn und regenerative tp mit der Zeit das könnte okay sein Ich weiß nicht das identifizieren und laufen lauf 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 irgendwas bei dir ist kaputt 12 punkte gift schaden aber es nur plus 9 weg platz machen bisschen so also die regeneriert tp mit der zeit 15 ausdauer 5 rüstung ne 15 ausdauer sieht man das schon lieber weil sie hat nur 66 na gut lauf 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 kraftteilung bist du im zirkus nein du bist die stadt von eben sagt die karte karte sagt hier ist nicht wirklich viel platz für den zirkus und sweetwater ich denke nicht dass der zirkus in sweetwater ist konzentration wo haben wir denn noch dörfer oder ähnliches also hier waren wir jetzt da waren wir jetzt in blackshire waren wir in kriegsbayer waren wir auch von white cap aus nach westen vielleicht das könnte noch gehen und sonst haben wir nicht viel silber kauf nach norden und wird einfach nur pech richtig ist genau dann nikolai ins nächste nächsten zirkus gesprungen als wir da also nach bevor wir gerade angekommen sind weg das werden eigentlich früher kommen sollen also gut da finde prinz nikolai besuche den altar der sonne im steinkreis zur sonnen wende schände den altar monolithen westlich von silber kauf das klingt doch ziemlich einfach stadtportal silber kauf da wollten wir vor kurzem auch schon mal hin aber irgendwie wurden wir abgelenkt von so einem anderen dingen und so einem anderen dingen und dann war es auch schon vorbei wie geht's wie geht's rüstung weg 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 hufeisen irgendwie sind nie hufeisen da wenn ich es gerne hätte und wir haben nicht besonders viel essen so schon besser fliegen tag des schutzes tag der götter so also genau das ding hat uns abgelenkt gehabt dabei sollten wir eigentlich hier oben irgendwo hin zu einem monolithen und lana magst du kurz noch fackelzauermachen bist du der monolith nein du bist die festung des kriegs herrn dann muss der monolith doch das da unten gewesen sein gibt ja doch ein paar ecken hier genau da also gerade nach süden brutzl brutzel brutzel da haben wir schon die ersten druiden paar gargoyles enter sehr gut kaputt wir allerdings auch na komm, ein zweiter Monat können wir auch verbrauchen so und was haben wir hier? der Monolith dieses Gebäude strahlt magische Energie ab Druiden aus ganz Endros pilgern regelmäßig hierher um diesen heiligen Ort zu besuchen ok, rein da